So, da geht's weiter mit Fable. Ich muss sagen, ich hab jetzt lange nicht gespielt. Mal kurz gucken. Ah, okay. So geht's weiter. Ich hab mir ja bloß angeguckt, was noch zu tun wäre. Und zwar... Was war das? Wir mussten doch hier zum Hostel-Familie-Grayen. Da gab's auch das Problem mit den Grabhügel-Filtern. Und das ist dieses Händler-Massaker. Und ich guck mal, ob ich einfach aus dem Quest fliehen kann. Das wäre vielleicht eine Methode. Ähm... Achso, ich hätt mal gucken, wo meine Zauber alle liegen. Ja, das ist natürlich irgendeine Cutscene. Die ich nicht sehen will. Weil ich will diesen Quest eigentlich nicht machen. Auch vor 5000 Geld nicht. Es geht euch gut. Ja, schön. So, äh... Ah! Ah! Stopp, nochmal möchtet ihr einfach? Ist nicht wahr. Ist jetzt nicht euer Ernst. Ich muss den Quest machen? Boah! Oh, ne. Oh, ne. Scheiße. Na gut, da gucken wir uns die Katze ihn doch an. Da seid ihr ja. Wurde auch Zeit. Ach, jetzt komm ich von der Seite. Einige der Jungs konnten wohl nicht warten und haben schon angefangen. Wir sollten mitmischen, solange noch ein paar Händler übrig sind. Oh, und macht keine Gefangenen. Wir haben bereits genug davon. Oh, toll. Ich versuche mal nur Wachen zu finden. Au. Ich versuche mal, dass ihr aufhört. Habt kein Schlimmeres gesehen. Ach, das ist ja nichts für den Berufsschutz. Nimm. Oh, es ist auch für mich zu tun. Ich bin dieser Engine. Ich meine, aber nicht. Die sind... Au. 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 Oh, Mann. Ich habe zu viel andere Spieler gespielt. Oh, Mann, dann geht's wieder. Oh, Mann, dann geht's wieder. Oh, Mann, dann geht's wieder. Oh, Mann. Ach, hier war doch mal ein Pilz, ne? Hey, kann man graben. Graben wir erstmal. Alla Ruhe. Oh, toll. Jetzt haben wir uns erstmal unter guten Ruhm. Toll, versaut. Hey, ruhig Blut. Oh, Scheiße. Was ist, wenn ich den angreife? Idiot! Ich bin auf eurer Seite. Oh, der hat O. Rechts in dem Sparkle darf nicht sterben. Ich habe Familie. Verschont mich. Was ist das? Seht mal, wen wir hier haben, Jungs. Er wollte sich nach Oakvale schleichen. Warum übernehmt ihr das nicht, oh Held? Bitte, nicht umbringen. Ich habe nichts getan. Ich habe Familie. Ich habe einen Laden. Wir sind gut. Ach, feiges Gildepüppchen. Ich denke, bei dem müssen wir wohl selber ran. Da haben wir ja was geschafft, wenn wir den ins Leben lassen, damit die anderen den tüten. Toll. Ach, Grundhaltung ist immer noch voll positiv. Achso, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel, ob das positiv gegeben hat, dass ich den nicht getötet habe. Ach, ja. Warum ist die Musik eigentlich alle? Hallo? Oh. Oh, 40. Äh, egal. Durch und durch. Gut. Ich weiß nicht, warum ich morgens überhaupt aufstehe. Oh Gott, irgendwie nur Traumatiker. Sophia. Komm mal, verkaufen. Was willst du? Meine arme, süße Amanda. Wie konnte dich die Krankheit mir entreißen? Äh, entschuldigt, äh, sagte dir etwas? Vielleicht sollte ich mich ins Meer stürzen. Manchmal drifte ich einfach in die Vergangenheit ab. Zu glücklicheren Tagen, als ich noch nicht erleicht... Meine arme, süße... Okay, da war der Dialog. Und dem Moment, ne, hat er keinen Bock. Das Leben ist sinnlos. So sinnlos. Oh Mann. So ein Gesetze richtig hören. Wo war denn das Ding? Oh, hier. Rechts abbiegen hier mal. Schon wird's dunkler. Ab in den Darkwood. Musik bitte wieder, ey. Jetzt ist das so langweilig. Oh, Katzi. Ist auch schön. Du hast Messerjack also endlich getroffen. Ich traf ihn ja schon vor langer Zeit. Als er unser Haus niederbrannte und mir die Augen ausstach. Aber er hat nicht gelogen, als er zu wissen behauptete, wo Mutter ist. Seit dem Überfall hat er sie im Bargeldgefängnis eingesperrt. Ich konnte nicht reingelangen, aber der Archäologe kennt einen alten Geheimgang. Du hast ihn schon getroffen, nicht? Jacks Kreaturen sind noch hinter ihm her. Genau wie hinter mir. Ich kann nicht länger bleiben. Ich habe die Einzelheiten auf einer Questkarte in der Gilde gelassen. Du musst Mutter rausholen. Nur sie weiß, wie man das Schwert bekommt. Hast du das Buch gelesen, das ich dir geschickt habe? Nö. Das Schwert ist alles und könnte die Welt in nichts verwandeln. Will ich auch. Oh, und Mutter hat auch ein Geschenk für dich. Mehr Kraft, als du dir vorstellen kannst. Das klingt alles gut. Ich glaube, Jack wird es nicht ganz so versuchen. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Hey, ich will hier rein. Das sieht animiert aus. Okay. Ist da noch was? Gräber? Hallo? Total ein Klan. Sieht böse aus. Bin ich böse. Ne, in den Gräbern ist es ein Strand. Ja. Hier ist eine Tür. Geh mal rein. Okay. Okay. Natürlich. Die Antworten werden noch nicht erwähnt. Wow. Hey. Hä? Warum sind jetzt alle auf einen Schlag krapiert? Achso, das war ein Counter. Ich musste eine Menge Unpunkte. Okay. 200 Bekanntheit. Da, den Clan liegt überall rum. Was ist hier drin? Fähnen, lieber gerne. Staubiges Notizbuch. Vielleicht sollte man die Bücher mal lesen. Was liegt hier auf dem Tisch eigentlich? Ja, nichts. Den Blutschlaf mich tot hatte sie. Warte mal, habe ich mittlerweile jetzt den Schlüssel? Instant, alter Trunk. Normaler Bars. Da liegen Bücher, ich will die haben. Okay. Äh. Äh, Heldenstatus war das, glaube ich, an. Tagebuch, Bücher. Da. Das habe ich gelesen, das erinnere ich mich noch. Ne, wo war das? Theresas Brief, äh. Aha. Ich spreche zu den Seiten, aber sie antworten mir nicht, schicke ich nicht. Ah, bitte, bitte. Das Schwert der Ewigkeit. Und was war die Notiz? Okay, also Arkon sagt mir noch was, es gibt nämlich eine Truhe, irgendwann am Arsch der Welt, irgendwann ganz zum Schluss, da ist Arkons Kampf-Rustrum und ich glaube, das ist die beste Rustrum, die es gibt. Tja, kann man einen Graben. Also mit der Blutlinie hat er auch was mit dieser Oss-I. Kann das wohl was da anzutun. So, wir müssen mal gucken, was wir da machen. Ah, hier geht's runter. Rechts war nichts mehr. Was ist hier? Oh, nee. Zeig dich. Zeig dich. Au. Zeig dich. Alter. Du hast die überlebt. Oh. Abspawn. Ich mach dieses Anvisieren nicht. Mach halt immer, der so keinen, also der fokussiert dann so immer auf einen Gegner und man sieht dann aber nicht mehr, was da um ihn rum passiert und kriegt irgendwas auf die Fresse. Das sollten sie verbessern. Oh, haben sie bestimmt schon, ich hab die anderen Teile nicht gespielt. Ich hab grad gesehen, ich hab 38.000 Gold, ich glaube, ich kann da mal was machen. Was Schönes. Ich hab mal was probieren. Okay. Ach, wer hat uns eigentlich sicher importen können. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Was ist denn unser Hauptquist F9? Wir haben keinen. Doch, wir müssen zur Gilde und da hat sie was hinterlegt. Wo gehen wir denn am besten shoppen? Ach, ist es noch da? Oh, nicht mehr lange. Naja, dann könnten wir nach Oakway gehen, weil der hat ja immer gute Rüstung. Die bösen Rüstung haben sie ja hier bei... Oh, das will nichts klingen im Lager. Der Typ im Bauer ist da und hat, glaube ich, nicht so Sachen. Okay, was gibt's hier? Warte denn in den Archäologen schon wieder? Ach, das bringt mich bloß in Schwierigkeiten und welche Quests. Die kann ich mir immer noch holen, wenn ich sie brauche, wenn ich kein Geld mehr hab. Und davon haben wir... Oh, aber Erfahrung haben wir nicht. Ist alles nicht so, wa? Körperlich? Nö. Das ist mein Mann! Ach, tausend. Wir haben bestimmt noch 100 Trophäer. Habe ich endlich... Habe ich die eigentlich ne Frauenbauerster nicht gehabt? War das nicht so? Habe ich da nicht die Dinge angehaben? Nee. Hm. Ich weiß nicht nicht. Oh, nein. Nochmal. Meher. Komm schon, wir haben mehr. Oh, verdammt noch. Mehr. Das hat er gut gemacht. Wie höchst. Bist du blind? Toll. Ach, ihr schon. Was hat er gut gemacht? Ich finde, wir sollten das Ganze nochmal mit dem Skopje und Stahl machen. Toll. Zeigt ihr das Ding immer noch herum? Ich wäre halt da. Ich hoffe, ihr könnt halten, was ihr versprochen habt. Zeigt ihr das Ding immer noch herum? Oh, die Himmel. So. Hühner Trittwettbewerb. Das stimmt, der hat da seinen Laden jetzt. Können wir eigentlich mal gucken. Ich weiß, ob der Nacht so auf hat. Wann kann man denn mal die Zeit verspielen, bis die Nacht vorbei ist? Aber ich wollte eigentlich gucken... Doch, ich hab das Haus. Oh, Musik leck. Nice. Das Leben scheint sich aber auch nicht zu regenerieren von Automatisch, ne? Ist ja ein bisschen doof. Hm. Noch mehr Fleisch essen. Auf der Brücke geht das auch nicht? Ist ja alles kacke. Das Haus gehört mir. Hä, ich kann es nicht verkaufen? Achso, ich hab eine Ehefrau. Und die blockiert das Bett. Und schnarcht. Und der Ring hängt neben dem Bett. Okay. Ach, da hängt der Belverine Kopf. Ah, und das Rollbeisiegel. War auch eine Trophäe von einem Vieh und ein Siegel. Alter, komm, da ist jetzt hier auch was. Ich glaube, oben rum ist schon. Nicht dann. Was ist mit der Musik heute los? Oh, Mann. Oh, nee. Ich mach meine Schlachten lieber alleine. Kann ich euch für eine Partie Hühnertritt intreten? Ah, willkommen, Sir. Willkommen. Habt ihr vielleicht Interesse an einem neuen Sport? Ich nenne ihn Hühnertritt. Hab ich erfunden. Ihr müsst nur in den Ring treten und das Federvieh in den Punktbereich treten. Echt, ganz einfach. Tja, meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Aber gewöhnlich sehe ich, wo sie landen. Wollt ihr es versuchen? Oh, 50 Goldstücke. Ihr müsst eure Waffen abgeben, Sir. Und Zauber sind auch nicht zulässig. Wäre ja nicht sehr sportlich, oder? Hm, sind ja nur Hühner. Dann können wir anfangen. Viel Glück, Sir. Oh, ja. Oh, ja. Hinten rechts und hinten links bringt doch meiste, ne? Bok, 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 bok. 100 Punkte nach ganz rechts. Oh, das ist das süß zu tun. Ah, 50, wa? Fast geschafft. Ein Treffer Mitte links bringt 50 Punkte. Bok, bok, bok. Oh, nicht übel. Mitte links bringt 50 Punkte. 200 Wirft auch mal treten. Ah, noch zweimal. Oh, den haben wir. Ne, der ist... Oh, ja. Ihr habt das Huhn echt gut erwischt. Tolle 100 Punkte nach ganz links. 300. Oh, 10. Fall gerade. Öde. 10 Punkte. Mama Mia, ich dachte, Hühner könnten nicht fliegen. Hm, vielleicht habe ich ihnen nicht genug Blei gefüttert. Aber fair ist fair. Ich verneige mich vor eure Hühnertrittfertigkeit. Hier ist der Hühnerhut. Klasse. Äh, ja. Ich habe nur den einen. Erwartet also nicht, weitere Hüte zu gewinnen. Kann ich euch für eine Partie Hühnertritt interessieren, Sir? Hahnenschrei, ich will den Silberschlüssel. 150 Punkte. Ah, habt ihr heute dieselben... 150. Echt guter Hühnertritt. Wunderbarer Schuss. Weit rechts. 100 Punkte. Was passiert eigentlich, wenn ich nicht ran renne? Ah, okay. Fast geschafft. Ein Treffer mit links bringt 50 Punkte. Ihr bekommt nur Punkte, wenn ihr die Hühner in den... Oh, ich breche das mal ab, okay. Das Mittel halte ich jetzt weg. Ihr bekommt nur Punkte. War noch 150, ne? Wie mache ich denn so? Ihr bekommt nur Punkte. Eine beeindruckende Demonstration von Gewalt gegen Hühner. Ihr habt einen Silberschlüssel gewonnen. Meinen letzten. Ich hätte noch 20 andere gebrochen können wahrscheinlich. Kann ich euch für eine Partie. Wie viel haben wir denn jetzt? Acht. Wow. Ist ja Unmengen viel. Ist hier eigentlich was drin. Haben wir schon ausgeblendert anscheinend. Okay, was wird Tag? Die Geschäfte öffnen jetzt. Licht aus. Ich bin euch stets. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot... Das hoffe ich doch. Kettenpanzer? Nee, Plattenpanzer. Die hier... Haben sie nicht. Ist ja nicht dein Ernst, oder? Nee, das war's nicht. Nö. Was für ein Triumph in der Arena. Das ist halt nicht doll. Die warmherzig von euch Whisper am Leben zu lassen. Klar. Viel Spaß noch. Ja? Achso, wir können ja mal... Die neueste Stadt, die wir erkundet haben, ist noch mal schon. Vielleicht gucken wir da mal an, Schmied. Da war doch ein recht großes Schmiedeviertel sogar gleich am Eingang. Ansonsten... Na, wenn die Quest sowieso nackt machen müssen, dann spielt das keine Rolle. Aber schön sieht schon aus. Und wenn wir mal das Geld haben... Schon mehr. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten, Sir. Ach, Quatsch. Alles dunkel. Also dunkelplatten. Alter, ich will die hellen Platten. 100 macht das. Die Handschuhe, was machen meine jetzt hin? Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten, Sir. Auf Wiedersehen. Hat die rote Rose? Nee. Und was, wer war die brauchen? Nee. Spaten. Ein bisschen Spaten. Was hat er denn? Hat er gerne Gegenständen? Na, hoch. Was führe ich eigentlich gerade für eine Waffe? Meisterkater, ne? Oh, da passt noch eine auf, was du... Okay, wir gucken dann mal beim Schmied an und ansitzen. Was war noch hier im Haus? 9000... Ja, ich will es vermieten. Nee, warte mal, stopp. Nein. Leben ja. Verschillern. So. Was, das sind die einzigen Betten, die sie haben? Oh, das war die falsche Taste. Das war 4, ich will F4. Und hier hängen wir jetzt das Champions-Sigal. Ey. Dann. Und hier hängen wir... Der 1.000... Äh, was auch noch ein Skorpion-Stachl an. Was eigentlich, wenn ich es jetzt verkaufe? Oh. So, wir werden dann mal... Ich muss nochmal kurz speichern. Und dann geht's dann weiter für euch lückenlos. Bis gleich. Das真的 hat... Und dann, oh. Das hat dann, oh.